Ich bin Hotelier, ich arbeite in einem großen Hotel voller Abendveranstaltungen. Ich bin Krankenschwester und ich habe auch super viele Nachtdienste. Ein Kumpel von mir hat mir Online-Dating empfohlen und ich dachte mir, warum nicht? Dann haben wir sehr viel geschrieben und haben uns auch schon online ein bisschen verguckt. Und dann, als wir uns kennengelernt haben, war alles perfekt. Ich habe schon viel im Internet gefunden, Musik, Bücher, Klamotten, aber ich hätte nie gedacht, dass ich ihn finde. Man lernt ja schon öfters im Internet Leute kennen, aber dass sich daraus eine langfristige Beziehung entwickelt, das hat mich überrascht. Im Moment sind wir auch wieder viel im Internet unterwegs, weil wir beide zusammenziehen und unsere Möbel ja auch suchen. Also sie sucht sie aus.